Ist Ryan Reynolds im echten Leben gar nicht so lustig wie auf der Leinwand? Diese Behauptung stellt keine geringere als Martha Stewart auf. Die 83-jährige Autorin und Nachbarin des Deadpool-Stars sagt, er sei privat nicht so witzig und charmant. Auf X meldet sich nun sein guter Freund Hugh Jackman zu Wort. Endlich sagt es mal jemand, kommentiert der Wolverine-Darsteller dort. Doch sind die beiden nicht dafür bekannt, sich gegenseitig zu necken? Ihre Männerfreundschaft ist legendär und voller humorvoller Schlagabtausche. Erst vor wenigen Wochen widmete Ryan Reynolds dem 56-Jährigen einen süßen Instagram-Post zum Geburtstag. Ich hoffe, wir können das noch machen, bis wir 90 sind. Alles Gute, Hugh. Viele Jahre, viele Abenteuer, schrieb er zu gemeinsamen Fotos. Kann es also wirklich sein, dass Ryan Reynolds nur dank seiner Schauspielkunst so witzig wirkt? Martha Stewart meint, ja. Doch der Ehemann von Blake Lively lässt das nicht auf sich sitzen. Ich würde ihr widersprechen. Aber ich habe das einmal versucht. Die Frau ist unerwartet flink, kontert er humorvoll auf Social Media. Ein Scherz folgt also dem Nächsten. Es scheint, als würden alle Beteiligten den Spaß lieben. Die Frage bleibt, ist Ryan Reynolds wirklich humorlos oder einfach ein großartiger Schauspieler? Am Ende können wir uns selbst ein Bild machen, denn eines ist sicher. An Witz und Charme mangelt es ihm in der Öffentlichkeit nicht.